Versprechen wir hier in der Runde, aber zunächst mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfL Bochum. Wir begrüßen recht herzlich, schönen guten Morgen, Hans-Peter Willis. Ja, Herr Willis, haben Sie da in Bochum ein besonderes Problem mit diesen Dingen? Ja, erstmal muss man sagen, dass wir natürlich geschockt und fassungslos waren. Auf der Ereignisse vorgestern, ein Einzeltäter hat letztendlich das Image, den Ruf vom VfL Bochum hier geschädigt. Wir haben 25.000 Fans im Stadion, wollten ein tolles Fußballfest feiern und dann hat einer seinen Gehirn oder seine Hand nicht im Griff und schmeißt mit einem Wehrbecher. Ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzliches Problem, und das war ja Ihre Frage, Herr König, haben. Aber es ist schon auffällig, dass gerade in der letzten Zeit diese Dinge zugenommen haben. Und da werden wir alles gegen tun, dass das nicht erfolgt ist. Haben Sie denn schon irgendwie eine Ahnung, wer es gewesen ist? Sie haben ja gesagt, wir versuchen jetzt auf alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um rauszukriegen, wer dieser Mensch gewesen ist. Haben Sie da schon Erfolge oder gibt es da schon irgendwelche Indizien, die in der richtigen Richtung zeigen? Also wir nicht. Allerdings ermittelt natürlich die Polizei und was wir hören, haben sich doch einige gemeldet. Und unser Hotel war ja auch die Leute, die um die Werferinnen und den Werfer herumgesessen haben, um ihnen letztendlich zu schmerzen, aber letztendlich die Stiebe zu machen. Und was wir jetzt gehört haben, heute haben einige gemeldet und wir hoffen, dass wir dann plötzlich die Täterinnen und den Täter noch haben. Und das wäre, glaube ich, der erste Erfolg. Okay, dann gebe ich das mal in die Runde jetzt. Samy, sowas selber auch schon mal erfahren in deiner Karriere, irgendwie beworfen worden. Was ist deine Reaktion, wenn du sowas siehst? Ich glaube, primär sind wir uns alle einig, dass sowas nicht in ein Fußballstadion gehört und sowas generell wenig sehen wollen. Also wir sind alle Sicherheitsmenschen und wenn ich jetzt Angst haben müsste, dass hinten irgendwas fliegt, fühle ich mich ja unwohl. Und der Lienerichter muss einen Job machen. Aber es wurde auch in dem Beitrag richtig erwähnt, Union Berlin, Freiburg und mein Bruder wurde selber Teil dieser Geschichte. Und es war sichtbar, dass ein Jugendlicher abgeworfen worden ist, also ein 14-, 15-Jähriger, der am Spielfeldrand da stand. Und da finde ich es einfach respektlos, einfach von jedem einzelnen Fan. Ich denke, da müssen, was sind die Lösungen? Man muss härtere Strafen finden, weil das ist das Einzige, was zählt. Und ich glaube, jetzt einen Glaskasten hinklatschen, das sollte nicht die Lösung sein. Ich meine, es sind Miteinander, Spieler und Fans und auch alle, die mit dem Fußball beteiligt sind. Mario, was meinst du? Was kann man machen? Weil jetzt nur die Vernunft zu appellieren, ist ja vielleicht auch ein bisschen wenig, oder? Ich glaube, dass man relativ wenig dagegen machen kann, außer man macht komplettes Verbot mit Getränken in einem Stadion. Ja, aber dann schmeißen sie ein Feuerzeug oder was? Du wirst Dinge im Stadion einfach nicht verhindern können. Ja, du musst einfach daran appellieren, dass die Menschen vernünftig werden. Ich meine, wir haben ja gerade im Moment genug Probleme auf dieser Welt oder andere große Probleme auf dieser Welt. Jetzt muss man sich mit sowas beschäftigen, was natürlich im Fußball sehr, sehr unschön ist. Ich meine, das kennen wir seit gefühlt 100 Jahren, wird mal irgendwas geschmissen. Ich weiß noch, früh als Jugendlicher auf dem Betzenberg, da war es dann noch schlimmer. Da haben sie mit dem Regenschirm auf die Menschen eingestochen, wenn einer zu nah am Zaun war. Sachen werden immer wieder geschmissen. Aber ich glaube, du wirst in einem Stadion Dinge nicht verhindern können. Du musst hoffen, dass die Menschen, die außenrum stehen bei diesen Leuten, die Sachen aufs Spielfeld schmeißen oder in Richtung Linienrichter oder auch auf die Spieler schmeißen. Musst du hoffen, dass irgendjemand sich bereit erklärt, diesen festzuhalten, den der Polizei zu übergeben, dass man ihn hart bestrafen kann. Und ansonsten wirst du gewisse Dinge im Stadion nicht verhindern können. Also ich glaube, Marius Hoffnung in Ehren, aber ich glaube, Hoffnung ist ein bisschen dünn. Ist ein bisschen wenig, finde ich auch. Ist ein bisschen wenig. Ich glaube, du musst mindestens als, in dem Fall jetzt, glaube ich, sind die Ligen gefordert, wie wir gehört haben. Nicht nur die, kein Bundesliga-Problem, schon gar kein Bochumer-Problem, das muss man auch mal sagen. Die sind zwar ein bisschen federführend bei der Werferei, deswegen kannten die das Thema ja auch. Deswegen wollten sie entgegenwirken mit dem Kapitän und solchen Dingen. Aber wir haben Beispiele gesehen aus Leverkusen in Dortmund, das ist als nichts anderes. Normalerweise, muss man dazu sagen, entsteht das aus einer besonderen Spielsituation. Du freust dich über ein Tor, alle schmeißen den Becher hoch. Ja, aber das war ja was anderes. In dem Fall ganz was anderes. Und wie du dem entgegenwirken willst, weiß ich nicht. Wenn einer gezielt einen abwerfen will und dann auch noch Präzisionsschütze ist und den auch noch trifft, höchst unglücklicherweise. Und höchst zufällig, wie ich glaube. Aber das ist natürlich ganz übel. Und das wiederum, da bin ich ein bisschen mein Mario, diese Einzelthemen auszuschalten, wird ganz dünn. In England, glaube ich, sind weitestgehend Becher und Dings auf den Tribünen verboten. Das wäre vielleicht ein Weg für die DFL, zumindest die großen Wurfgeschosse rauszuhalten. Damit hast du immer noch die Feuerzeuge in der Tasche oder was. Aber zumindest entschlagst du das Thema vielleicht. Aber es sind so viele Kameras. Warum kann man nicht genau diese eine Person ermitteln und dann dementsprechend auch so hart bestrafen, dass die anderen sagen, oh, da wird vielleicht der Geldbeutel irgendwann klamm, weil dann wird es knapp im Essen. Und dann ist es vielleicht ein Zeichen. Das ist die einzige Möglichkeit. Alles andere gehe ich vollkommen mit. Also ich glaube auch, dass das die Möglichkeit ist, das was Sami sagt. Du musst diese Person ermitteln, du musst den Täter identifizieren und eine knallharte Strafe aussprechen, weil so eine Deppen brauchen wir nicht in den Fußballstadien. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, so jemanden zu finden und dann ein lebenslanges Stadionverbot wirklich auszusprechen. Weil das wiederum ist nicht nur für Bochum interessant, sondern das setzt natürlich auch ein Zeichen in die ganze Liga. Die merken, dass da was passiert und warum das, was in Bochum passiert ist, nicht so auch in anderen Stadien aussprechen, wenn das so passiert. Aber das Problem wird ja sein, dass da jemand, wenn der gefunden wird, persönlich auch in Regress genommen wird. Also gehen wir mal davon aus, dass Bochum jetzt eine empfindliche Strafe bekommt. Und wenn die dann sagen, dafür machen wir dich jetzt persönlich haftbar, das sind dann mal locker 200.000, 250.000 Euro Spielverlegung, dann ein Geisterspiel vielleicht ohne Fans. Also ich glaube, wenn das eine Privatperson betrifft, der ist ja ruiniert. Das muss man ja so sagen. Also ich glaube, eine noch härtere Strafe gibt es ja in dem Sinne nicht. Und was Mario auch sagt, du musst natürlich auch gucken, dass es dann untereinander dann auch nochmal so eine Hygiene im Stadion gibt, dass du sagst, so pass auf, wenn da jemand ist und der ist irgendwie betrunken oder randaliert da rum, pass mal auf, mein Freund, ganz ruhig. Und dass da dann auch geholfen wird. Weil alles andere, diese Strafen, sehen wir ja, funktioniert nicht. Es muss halt einfach ein anderer Spirit auch rein.